Kommt dann bald auch ein Buch heraus in 10 Tagen, können Sie das auf dem Schreibtisch haben, mit weiteren Beispielen hochwertiger Auskunft, die Sie erhalten von unserem Chat GPT und auch dem grafischen Pendant, dem DAL-E. Okay, dann meine ich, wir können schon jetzt zu einem Punkt kommen, ich schaue noch schnell, gehen wir doch noch kurz hier die Nutzungsbedingungen durch, dass Sie doch einen Überblick haben über die Hauptstichworte, Gewalt nicht, Selbstschädigung nicht.